Hallo und herzlich willkommen bei Anteam. Heute möchten wir Ihnen die Anteam Welcome App vorstellen. Egal ob mit SharePoint oder Office 365, diese Universal App verwandelt eine simple Liste in eine anspruchsvolle digitale Anzeige für Ihren Empfang oder Ihre Besprechungsräume. Die Nutzung bestehender Informationen gewährleistet einen effizienten Einsatz der relevanten Daten. Innerhalb der Welcome App werden vorhandene Informationen zu geplanten Kundenterminen in Form eines dedizierten Willkommensbildschirms dargestellt. Die Daten können dabei aus den bestehenden Informationsspeichern direkt genutzt werden. Als Universal App lässt sich die Anteam Welcome App auf jedem beliebigen Bildschirm oder Tablet anzeigen. Die Daten für die Welcome App können beispielsweise aus Ihrem bereits bestehenden Intranet gezogen werden. Über eine gesonderte SharePoint oder Office 365 Liste werden Termine, zugehörige Räume, Teilnehmer und beispielsweise anstehende Events angezeigt. Eine Einzelterminansicht für digitale Beschilderung von Besprechungsräumen befindet sich momentan als Prototyp in der Entwicklung. Zusammengefasst bietet Ihnen die Welcome App folgenden Nutzen. Kundentermine und Raumbelegungen sind für Mitarbeiter und Gäste direkt erkennbar. Ihre Gäste sehen, dass sie erwartet werden und erhalten so eine besondere Wertschätzung. Sie erhalten ein digitales und zeitgemäßes Firmenbranding Ihrer Büroräume mit dem gewissen Extra. Ihre Welcome App erhält einen individuellen Look durch Anpassung von Farbe, Schrift, Hintergrund und Logo. Der rechte Bereich der Welcome App ist ein zusätzlicher Bereich für die Anzeige von beispielsweise weitergehenden Informationen wie Firmen-Events, Mitarbeiterjubiläen, Lunchmenüs, Geburtstage oder Firmenerfolge. Egal ob am Empfang oder im Besprechungsraum, Ihre Gäste fühlen sich willkommen und werden zusätzlich auf interessante bevorstehende Events hingewiesen. Wir hoffen, Ihnen hat der kurze Überblick gefallen. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und würden uns freuen, auch Ihre Teamproduktivität mit dieser oder weiteren Lösungen zu steigern. Auf Wiedersehen, Ihr N-Team.